Und jetzt sind wir auch wieder bei FNAF The Untold Story. Ja, haben wir gedacht, Stop Tape. Das auch. Nee, wir schauen uns nochmal... Das ist ein bisschen an. In der dritten Nacht sind wir jetzt. Ich würde es noch interessieren, wann die mal richtig aktiv werden. Jetzt haben wir ja natürlich... Das ist kein Tape mehr jetzt. Wird spannend. Mein Faxi müsste dann hier auftauchen. Blöde Frage, aber war der Cupcake schon immer hier? Irgendwann muss ich jammen. Bei den anderen Antronics muss ich ja Licht ausmachen. Das habe ich ja soweit peilt. Auch wenn es mittlerweile her ist, aber das habe ich noch im Kopf. War es nicht bei Freddy tatsächlich sogar, dass ich jammen muss? Aus. Perfekt. Ha! Siehst, passt doch alles. So, was ist denn... Uh, okay, ich glaube bei ihm muss ich... Nee, Quatsch, Quatsch. Nee, nee. Das ist der Witherbarni. Den muss ich, ähm, muss Dingsbums machen. Weiß schon. Lichter. Hat sich... Achso. Ich habe gerade gedacht, da hat sich irgendwie der Schatten bewegt. Das wäre nicht so geil. Aus. Die hauen verdammt schnell ab. Okay. Bin ich gar nicht mal gewohnt. Hä? Nee, passt alles. Alles noch ganz normal. Okay. Schweder, du. Schweder, du. Naja, sobald ich den Schritt höre, kann ich ruhig ein Gewissensstrom wieder anmachen. Okay. Eigentlich brauche ich doch nicht die ganze Zeit ein Dingereich schauen. Kamera. Muss ich ja nicht. Nee, nee, nee. Glaube ich mal nicht. Weiß ich nicht. Aber trotzdem mache ich es. Weil ich neugierig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Verbarni oder ein Chica-Clavier da sind. Weil es eins von beiden. Ja. Tag, Demasche. Tschüss. Äh. Gut. 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 Hä? Achso. Quitter. Okay. Fast. Halt. Halt, 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 halt. Aber was ich bei Fax ist, ist, dass ich ihn anleuchten muss? Wenn ich das Tape noch im Kopf habe. Oh. Der ist nah. Der Kollege ist nah. Der Kollege ist nah. Passt schon zu, nah. Ähm. Er ist weg. Wo ist der Mensch jetzt? Können Sie mir einen erklären? Oh, Freddy kommt. Gecker. Soll ich mal jammen? Das wäre doch mal was. Bringt aber nichts zu jammen, wenn niemand da ist. Bei dem das funktionieren würde. Macht keinen Sinn. Hallo? Hallo? Oh, was passiert gleich? Außer, dass die anderen üblichen Verdächtigen wieder herkommen. Nö. Sonst ist es ruhig. Hä? So. Halt. Nee. Schicker. Lol. Das Licht ist doch nicht mal ganz aus. Schicker haut schon ab. Geil. Das ging schnell. Ich sollte ein bisschen mit dem Licht aufpassen. Ach, nö. Lol. Da war er. Okay. Ich bin ein bisschen zu verschwenderisch gerade mit meiner Light Source. Bisschen. Oh. Ja. Freddy kann ich jammen. Perfect. Ja, Freddy braucht gleich eine ganz andere Taktik. Aber interessant ist, dass er da erscheint. Ja, okay. Da ist auch der Pappaufsteller von Freddy. Lol. Das geht echt schnell. Passt schon zu schnell. Ja, Faxi ist gleich da. Hm, 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 hm. Äh, äh. Was mache ich denn? Mist baue ich. Ja, wobei, aber da ist ja auch Pappaufsteller von Faxi. Ich denke mal, der wird dann hier drinnen dann aufploppen. Kann man dir vorstellen, dass er da im Gange steht? Das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Nö. Nö, nö, nö. Licht. Easy. Easy. Auf einmal kommt Faxi da von der Ecke an. Angespurzet. Ist eigentlich kein Wort gewesen, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Hergespurzet ist ja. Herz an. Müssen wir doch die Nacht fast geschafft haben, ohne dass ich so großartig viel auf die Kameras schaue. Oder? Hör? Passt schon, passt schon? Ich schaue jetzt nicht mehr auf die Kameras. Nö, nö, nö. Bevor es nicht 6 Uhr ist, schaue ich nicht mehr auf die Kameras. Nö. Aber ich glaube, wir müssen es fast geschafft haben. Der Strom ist echt sehr knapp bemessen, würde ich mal so erwähnen. Gut zu wissen, dass er ready war. Gut zu wissen. Ja, ich glaube, wir haben... War der Cut? Warte, 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 warte. Okay. Hatte ich gerade was gesehen in den Schatten? War das vielleicht letztendlich Faxi? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Keine Ahnung. Es sah zumindest so danach aus, es wird sich was bewegen, also es wird was weghuschen. So, jetzt sollten wir mal wieder ein Tape anhören, weil jetzt vermute ich, dass die Toy Animatronics aktiv werden. Wäre gar nicht so verkehrt, es ist sich anzuhören. Ich bin mir nicht so verkehrt, Mann. Ich bin mir nicht so verkehrt, ich sehe so viele, so viele, so viele. Was ist passiert? Ich weiß nicht, was wir hier haben. Ich versuche, ich sah einen Krink-Rabbit, Torker oder was. Es war ein Rabbit. Es war ein Tape von den alten Erdbeeren. Hä? Da war doch nichts. Was? Alter! Das Tape war noch an und Freddy war schon da. Huh. Ja? Ach komm, weiß was. Mal kurz das Tape weg. Wie schnell bist du da gewesen? Ich meine, die Papascheuer könnten wahrscheinlich auch die Möglichkeiten sein, also wohin? Wohin sie sich bewegen? Denke ich jetzt mal. Das habe ich so ein Gefühl. Okay, Freddy ist jetzt nicht hier. Wann da zwei Faxes jetzt? Warte mal. Ne, ne, du bist schon raus, okay. Okay, ne. Habe ich mir nur falsch dacht. Habe ich falsch dacht, okay, okay. Ich hätte gedacht, das wären so mögliche Bereiche gewesen, wohin sie sich bewegen können. Okay, ne, dann war es schon. Hä? Aus. Aus. An. Da könntest du aber ruhig mal ein bisschen mehr herbewegen. Sonst ist keiner da. Ja, noch nicht. Ja, Freddy kommt ja schon wieder. Freddy kommt schon wieder. Toll. Ja, ja, du bist schon fast da. Genau, du bist zu nah. Du bist zu nah. Freddy braucht noch eine Weile. Der braucht noch eine Weile. Ah ja, ich glaube, ich glaube, da ist jetzt ab... Ja, ich glaube, da habe ich ihn im richtigen Moment, glaube ich, angeleuchtet. Oder zumindest habe ich ihn in den Gang geleuchtet. Ja, 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 ja. Ich glaube, das war... Gehen... Ja! Perfect. Ready. 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 Sonst ist ein bisschen leer hier. Kollege, schnell. Will ich nur so erwähnen. Was mache ich, wenn er direkt vor mir steht? Was mache ich, wenn er direkt vor mir steht? Jammen bringt ja nichts. Oder muss ich bei ihm auch Licht ausmachen? Dann lasse ich es erstmal gut sein. Wenn ihr hier klickt, gibt es auch noch ein Fnaf-Game. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und uns sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut. Und es ist nur ein dieses Lohnere Mal. Ich bitte. Ich bitte. Und da ist andere.